So, wir sind jetzt in Offenburg. Die Sache ist die, der 108er kam aus Offenburg. Weshalb er eine Versprägung von 100 Minuten hatte. Und das Zugteam für diesen 108er lasse ich in unserem Ziel, hier finden wir die Prise, jetzt weiter nach Kiel. Und hier müssen wir jetzt auf Kiel 1 für den 108er. Und mit dem fahren wir dann nach Kofon. Dann geht's in das Ceyron, dann zum Starlight. Und dann zurück mit dem 5.19 und dem 3.10. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Und das war's. Das war's. Das war's. Das ist so. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin ein bisschen, dass wir jetzt hier Wir sind direkt am Wagen 7. Da ist ja mal daheim. Ja? Ja. 126. Ich glaube... Ja. 40. Wie viel haben wir? Erstmal wir. Gut, da werde ich so schon abgegriffen. Hier, ja. Der nächste Polizist war schon. Ja, ja. Der eine hat auch den Beruf. Ja, ja, ja. Wir sind ja nicht frei, da muss er aufs Klo. Lass den gehen. Ich bin späum, da ich weiß, ich gar nicht mehr bin. Das ist... So haben wir es, gut. Bitte schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Siehst du das? Das sind alles so Schlösser, die haben irgendwelche Menschen, nie verliebte Menschen dahin. Das ist ja ein Gewicht, gell? Das ist ja ein Gewicht, das ist ja ein Gewicht. Und das ist ja ein Gewicht. Ja! Du warst ja schon in Köln mit der Malene, gell? Ja, das Molino steht doch an der Eurosat. Kenkenkost her. Ja, aber das steht ja auch woanders, aber es muss es ja auch noch außerhalb vom Europa-Fahrt geben. So, wir erreichen dann auch endlich mit der Laufbahnhof, der Ausstieg hier in Fahrtrichtung links. Bitten Sie nochmals, die Verspäteten zu entschuldigen. Ja, wir sind endlich da, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die armen Lokführer, das ist der Zugchef, also der hockt aber auch irgendwo hier im Tüten. König der Himmel. Was für ein... Also das heißt jetzt haben wir... Jetzt müssen wir noch ein Bild von Köln machen und sagen wir, Annika, es muss schon in Köln machen. Noch mal sechs Minuten, acht Minuten Verspätung. Ja, jetzt knapp mit gemütlich, ne? Aber dann fahren wir erst mal Richtung. Dann müssen wir 19 Uhr sieben dann an den aber nehmen, ne? Und der sieben eine dreißig, wenn wir kommen haben, den knapp an. Und der sieben eine dreißig, wenn wir kommen haben, den knapp an. Und der sieben eine dreißig, wenn wir in der Nähe von Köln machen. Und dann müssen wir uns neu in der Nähe von Köln machen. Dann gehen wir in der Nähe von Köln. Das ist ein schönes Zimmer, finde ich, mit dem Putz und so weiter. Das ist ja nichts. Das müssen wir ja gar nicht renovieren. Das ist ja wie am ersten Tag. Und das Hauptteil ist einfach deine ... 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